Hallo liebe Sternenfreunde, jetzt ist es endlich vollständig, das Jahreshoroskop 2018. Der rückläufige Merkur hatte mir da einen Streich gespielt, dadurch waren dann einige Videos schon online, andere noch nicht, aber jetzt sind sie alle da, auch die noch fehlenden Zeichen von Schütze bis Fische und die kosmische Schwingung. Und in Teil 2 gehe ich dann nochmal genau darauf ein, von Januar bis Dezember, was die Liebesplaneten so treiben. Und Teil 2 wird dann noch bis Neujahr veröffentlicht. Also bleibt dran. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr und alles Gute mit den Sternen.